Freunde, wir sind hingegangen und haben 123 Leuten die Möglichkeit gegeben, diesen wunderschönen Minecraft-Parcours zu schaffen. Und wenn sie es schaffen, diesen Parcours zu absolvieren, bekommen sie einen 2500 Euro Gaming-PC. An der Stelle vielen Dank an die Leute, die den Parcours gebaut haben. Ihr seid die Besten. Ich grüße eure Augen. Vielen Dank für Banco, für das Programmieren. Danke, 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 danke. Der Parcours besteht aus ganz normalen Hindernissen, noch mehr Hindernissen, noch mehr Hindernissen, verschiedenen Wegen, die man gehen kann, Labyrinthen und was auch immer das hier sein soll. WTF. Und die ersten zwei Leute, beziehungsweise die Leute, die als letztes übrig bleiben, werden teleportiert in die Arena. Und jetzt denkt ihr euch, hey, was für eine Arena. Und zwar haben sie den PC, den man gewinnen konnte, nachgebaut als Minecraft-Arena. What the fuck, dude? Und hier werden zwei Leute spawnen und gegeneinander fighten. Und der letzte, der übrig bleibt, gewinnt einen 2500 Euro PC. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Scheiß auf, Dinger, da bleib ich lieber bei meinem 2012er-PC und zieh mir scheiß Popcorn rein, wie ein Assi. Bei dem Parcours kaufe ich ihm lieber einen PC, um das zu machen. Banco denkt, er bekommt den PC, wenn es niemand schafft. Meint ihr, einer von denen ist kompetent genug, um es bis zum Ende zu schaffen? Ja, auf jeden Fall. Fuckin, let's four, Bro. Dinger, ich soll mir durch alle Sprünge rum, weil ich sehe einen geile Fortnite-Dance. Oh, es geht los, es geht los. Oh, der ist der erste schon geschoben. Oh, shit. Oh, mein Gott. Ey, 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 aber hier sind Leute in die Action. Wie gut sind die? Ey, ja, die machen mal ein Skin und das ist gut. Knee-Pick. Bro, Knee-Pick ist insane. What the fuck? Digga, Knee-Pick. What the fuck? Bro, aber I believe, er macht das wirklich gut. Trash. Trash. Okay, Norman und Wichtiger sind auch hier, dude. Faru, Faru ist vorne, Bro. Bro, Norman sweated richtig rein. Holy shit. Digga, das geht gerade mal eine Minute und die sind schon einfach beim zweiten Hindernis? Ja, das ist crazy. Bro, aber hier sind auch super viele. Alter, ey, ey, no joke, hier sind locker 20 Leute schon. Okay, Norman hat sich für den grünen Weg entschieden. Norman hat sich für den grünen Weg entschieden. Oh, mein Gott, die sind gut. Holy shit. Die sind insane. Trash. Trash, dude. Oh, oh, Eis scheint einfach zu sein. Oh, mein Gott, die sind insane. Wichtiger und Kicks 0-2, Bro. Holy shit, Kicks 0-2, snipe mich mal in EFT. Oh, du, ist drunter. Bitte fall runter. Bitte fall runter. Bitte fall runter. Oh, wichtiger Smart, wichtiger Smart, wichtiger geht zurück anscheinend. Ja. Ja, ja, ist auch am schlossen. Ja, weil er hat jetzt nämlich diesen Putt geskippt. Oh, das ist super. Oh, wichtiger Fab. So viele Traps, dude. Oh, oh, shit. Oh, mein Gott, der erste ist durchs Maze durch. Jetzt kommt das Wasser. Krass, krass. Der nächste kommt, der nächste kommt. Ja, das ist easy, das ist easy. Digga, ihr wollt' mir sagen, es sind immer noch 20 Leute am Spawn? Jungs, wir haben einen fetten Checkpoint dahin gemacht. Seid ihr fucking lost? Wir machen mal so, dass das erste nicht unbedingt so schwierig ist. Für alle. Oh, shit. White people blanket. Jetzt müsstest du es nur noch zum Checkpoint schaffen. Bro, DH hat das erste Level bis jetzt nicht geschafft. Ich bin nicht wildestet. Als wäre er der übelste Sweat. Digga, wir hätten hier drei Mal nicht wildestet können. Wir hätten es eh nie geschafft. What the fuck, Alter. Oh, der Panda ist immer noch hier. Nein, lass den Panda an, Ruh, Digi. Panda-Bene. Alex. Einfach einen Alex, Kind. Hey, du bist auf dem Weg in die falsche Richtung. Bro, Panda-Bene rasiert üb... Ah, okay. Nevermind. Oh mein Gott, Wichtiger ist fast durch das unsichtbare Level. Bro, er ist insane. Nevermind. Wichtiger sweated, aber sowas von auf dem Weg. Ja, er sweated geisteskrank. Holy shit. Ey, jetzt choked Wichtiger. Bladdy ist jetzt... Boah, Bruder, ich würde Blad so gönnen. Der hat so aufgeholt. Holy shit. Ja, Mann. Okay, ich gehe nochmal kurz zurück zum Ende, ja? Haltet mich auf dem Laufenden. Bro, Snoopy ist so lost. Er weiß nicht, wohin. Meint ihr, er traut sich? Ich glaube, das kann man schaffen, den Sprung, oder? Oh nein, die Border kommt. Oh, oh mein Gott, Bro, er hat's geklatscht. Holy shit. King. Oh mein Gott, du hast es fast geschafft. Nein, 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 nein. Doch, darüber, darüber. Darüber, du hast... Oh nein, er weiß es nicht. Er tried das, er tried das. Die Border kommt. Oh, 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 oh. Oh, er geht zurück. Nein, 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 er weiß nicht, er weiß nicht. Oh nein. Oh nein. Er hat Stream Delay. Oh nein. Kitted. Snoopy. Wie ist der, wie ist der? Snoopy. Nein. Nochmal, nochmal. Oh, oh shit. Schwimm dein Leben, schwimm dein Leben. Oh shit, auf Ehre, Bruder, Gissel. Jungs, 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 Jungs. Blatty ist Platz 1. Er ist beim nächsten Ding. Er hat das komplette Feuerding schon durch. Und das unsichtbare Blatty-Ding. Alter, der ist auch nochmal ahead. Der erste ist bei den Ranken. Alter, er ist hurtig um dein Leben. Oh, huge. Wait, hat er geskippt hier? Er hat geskippt. Er hat geskippt. Ich glaube, du kannst hier auch skippen. Ja, wohl kannst du nicht. Dude, der ist... Nein! Okay, wo befindet sich die Border? Oh nein, Ben ist raus. Ripped, dude. Nimm mal mein, Ben ist noch drin. Ben, du musst jetzt springen. Komm, du schaffst den nächsten Checkpoint. I believe, komm, spring runter. Oh mein Gott. Nein, Ben. Oh mein Gott, wie kann man so bluten? Okay, wir gehen nochmal nach ganz vorne. Oh mein Gott, Blatty hat das Glasding geschafft. Alter, wo sind denn die anderen? Perry, der Schnabbeltier ist hier. Fabo ist da. Dicker, er ist unnormal ahead. Ah, der ist das bei den Laternen. Oh, Behave, du ist bei den Laternen. Er hat keinen Checkpoint da hinten. Das ist ein Thema Profis. Lass dich nicht ablenken. Oh mein Gott, oh mein Gott. Come on, chill. Oh, holy shit. Ich habe ihn geheilt, Bro. Ich bin dahinter. Yo. 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 Ey, no joke. Behave, dude, ist insane. Oh mein Gott. Ich würde es ihm so gönnen. Bro, er kam out of nothing, dude. Okay. Er hat dicke Eier. Holy shit. Er skippt. Ey, chat. Alle sind stuck bei dem Honiglevel. Die Chance hier in Change-Restaurant ist insane. Mani ist erster gerade. Guck mal, Mani. Mani ist so vorne. Mani ist so vorne. Holy shit. Ja, aber der war hier schon öfter. Oh, das ist schwer. Oh, jetzt muss er hier so lang surfen. Komm, Manni, bitte. Verkack's nicht, Digi. Oh, doch, 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 doch. Oh, 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 oh. Let's go. Ich glaube, Mani war hier noch nie. Oh, nein, Bro. Mani, wo ist er jetzt wieder? Ist er hier wieder? Mein Gott. Oh nein, er ist wieder hier hinten. Oh, Gott. Das ist so sad. Es sind noch 10 Spieler. Wir sind bei der Top 10. Oh mein Gott, Behave, du bist so smart. Er wartet jetzt einfach hier, weil er weiß, dass niemand mehr dahin kommt. Oh true, er muss ja erst gehen. Ja, er muss erst gehen, bis bald einer. Oh mein Gott, das ist schwer. Also halt Realtuck, der ist richtig easy. Okay, Marco, weird flex, Bro. Daddy ist wieder, hat wieder Comeback gemacht. Der ist zurzeit zweiter. Warte mal, was ist mit wichtiger? Wo kommt der her? Oh, jetzt muss er jumpen. Jetzt merkt er, oh Gott, das ist jetzt richtig. Oh, Blatty ist runtergefallen. Oh, Blatty ist ausgeschieden. Oh no, 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 no. Oh, der nächste. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hugo ist tot, Hugo ist tot. Die merkt es auch aus. Der nächste ist tot, die merkt es auch aus. Wahrscheinlich wird es sogar smart von ihm jetzt trotzdem stehen zu bleiben. Oh mein Gott, Pais ist aber auch da. Junge, das wird richtig knapp. Das wird richtig knapp. WTF. Ey, die müssen jetzt, die müssen jetzt. Vielleicht warten sie, bis einer springt und wenn sie es nicht schaffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wichtiger muss. Was? Oh mein Gott. Es geht um 2500 Euro. WTF. Was? Alle. Es müssen alle rausgeflogen. Nein. Es müssen alle rausgeflogen sind. Wir haben es einfach gebackt. Wir haben es gebackt. Und Basti. Guck mal, wichtiger wollte den PC doch sowieso dem anderen geben. Im Prinzip können wir doch jetzt den anderen beiden sozusagen das 1v1 geben. Oh true. Wichtiger wollte Eva schenken. Also gibt es jetzt ein 1v1 zwischen Basti1970 und BehaveDude. Ey, Digga, das ist einfach ein PvP-Match um einen 2500 Euro PC, Junge. Professionell. Ihr seht euch durch die Wand. Das ist gewollt. Das ist nicht euer Cheat. Achso. Und ihr fallet in dem PC, den ihr gewinnen könnt. Drei, zwei, eins, go. Okay, let's go. Good luck. Good luck, Männer. Good luck. Ohhhh. Ohhhh, Basti mit dem ersten Hit. BehaveDude. Der nächste Axe hinterher. Okay, Axe ist smart um das Schild zu brechen, richtig? Ja, mit der Axe kürtest du das Schild weg. Okay. Aber danach muss man noch das Schild weg. Oh, Digga, BehaveDude. 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 Ohhhh. Digga, aber Basti, Basti. Basti, wir machen dir 100 Euro Amazon Gutschein als Trostpreis, Digga. Zu wild. Zu wild, Digga. Boah, sick, du Junge. Ey, darf ich uns was erzählen? Ja. Ja. Ich muss sagen, damals, als ich 12 war, habe ich angefangen auf Twitch ein bisschen was zu schauen. Das war jetzt mittlerweile vor sechs Jahren. Damals hast du noch Madback 2 gestreamt. Alter, du so lange dabei bist, Bro. Ja, nach all den Jahren ist es irgendwie mega nice, so. Alter. Congrats. Oh, shit. Oh mein Gott, er fällt den 2018, 20. November 2014. Oh, come on. Holy shit. Ey, GZ. Ey, aber auch, no joke, Digga, es geht an Basti, Digga. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. No joke. Alter, Junge, Junge, Junge. Ey, Chad, shit, bro. Es ist so geil, no joke.